Was ist mit dem CTO von Vivi wirklich passiert? Außerdem gibt es das Recap zum Dr. Profit Interview und wir werden uns natürlich auch alle anstehenden Jobs genauer ansehen. Das alles jetzt in diesem Video. Ja und starten wir vielleicht mit dem kurzen Thema rein, was ich persönlich auch ziemlich interessant finde. Und zwar ist nämlich Nesta der Typ, der hier bei Vivi als CTO angestellt war. Jedenfalls nicht mehr CTO. Jedenfalls schreibt er das hier auf Twitter. I am officially moving away from my role as CTO at Vivi. Das heißt, er ist im Prinzip laut seinem Twitter-Statement zurückgetreten als CTO. Begründet hat er das Ganze hier auch mit viel Potenzial, was nicht ausgeschöpft wird bzw. dass hier einfach strukturelle Probleme bei Vivi sein sollen. Und das kann man jetzt natürlich ganz klar erstmal so aufnehmen und sagen, okay, der CTO, der wird ja schon wissen, wovon er redet hier. Man muss hier aber auch ganz klar zwei Seiten einmal betrachten. Im Endeffekt, alles was wir jetzt hier sagen oder was ich jetzt auch hier sage, alles worüber wir sprechen können zu diesem Thema, ist reine Spekulation, weil wir natürlich hier auch einfach nur eine einseitige Betrachtung haben. Also wir haben im Prinzip hier nur das Statement von Nesta, dem ehemaligen CTO und wir haben kein Statement zum Beispiel von Vivi dazu bekommen oder einen Kommentar wenigstens, dass das irgendwie einen Hinweis gibt dahingehend. Und deswegen muss man ganz klar sagen, es kann natürlich stimmen, was er hier schreibt und dass es wirklich so schlecht um die Firma steht, wie er es hier schreibt. Und wir wissen natürlich auch, dass Vivi, und das hat Dr. Profit auch nochmal bestätigt gehabt, dass natürlich Vivi durch ihren Sitz in Neuseeland einfach natürlich auch eine sehr schlechte Position haben, was die Regularien angeht. In Neuseeland sind nun mal einfach sehr, sehr viele Regularien entweder gar nicht existent oder sehr, sehr scharf und dementsprechend macht das Vivi natürlich das Leben enorm schwer. Und das kann natürlich alles stimmen, dass hier einfach, ja, natürlich durch das Land natürlich und die Regularien hier einfach zu wenig Potenzial ausgeschöpft werden kann, aber man muss auch ganz klar sagen, man muss auch die Position mal einnehmen und sagen, hey, vielleicht wurde er auch einfach gefeuert, weil er nicht fähig genug war hier als CTO. Oh, und das muss man meiner Meinung nach ganz klar so machen, denn wir haben hier, wie gesagt, nur eine Seite der Medaille und nicht beide, wo man dann vielleicht ein bisschen, ja, die Wahrheit rauskitzeln könnte und deswegen muss man hier, finde ich, ganz, ganz vorsichtig sein, denn, wie gesagt, wer weiß, ob er nicht vielleicht sogar gefeuert wurde, weil er einfach zu inkompetent war und nicht die Sachen richtig umsetzen konnte, die Vivi von ihm wollte, beziehungsweise in die Richtung gehen wollte, wo Vivi hin wollte. So, das muss man ganz klar sagen, kann natürlich alles sein an dieser Stelle, im Endeffekt weiß ich nicht mehr als ihr, ich versuche einfach hier das Gesamte nur aus beiden Richtungen irgendwie zu betrachten, um, ja, einfach ein Gefühl dafür zu geben, dass es halt nicht eintönig sein muss, nur weil jemand einen Tweet absetzt und sagt, hey, ja, ich move da jetzt weg von Vivi, weil die einfach strukturelle Issues haben. Wer weiß, ob er vielleicht auch mad ist, dass er hier einfach halt von Vivi gekündigt wurde, wir wissen es nicht, für mich persönlich hört es sich, ehrlich gesagt, ja, fast schon mehr danach an, dass er ein bisschen mad ist, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, ist reine Spekulation und im Endeffekt alles, was dieses Thema angeht, ist reine Spekulation, solange wir hier kein zweites Statement von Vivi haben, womit man das Ganze dann ein bisschen besser einordnen könnte, alles. Und deswegen würde ich sagen, um jetzt hier nicht weiter rum zu spekulieren, gehen wir zu einem Thema, wo man gar nicht mehr viel spekulieren kann, nämlich zu dem letzten Livestream mit Dr. Profit. Und ich empfehle wirklich jedem, der hier von euch dabei ist in diesem Video, schaut euch wirklich diesen Stream an. Ich werde jetzt zwar kurz alles zusammenfassen, aber dennoch, es war ein super interessanter Stream, wirklich ein großer Mehrwert meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, worüber wir denn alles gesprochen haben. Erst einmal, ihr könnt natürlich Stacker auf jeden Fall testen. Ich werde euch auch unten nochmal einen Link reinpacken, wo ihr die Stacker Wallet schon mal testen könnt. Dort werden übrigens alle Transaktionen von euch gesponsort, die auf der Base Blockchain stattfinden. Das sind so ungefähr 0,3 Cent pro Transaktion. Und laut Dr. Profit sollen diese Transaktionen auch wirklich für immer von Stacker übernommen werden, was ich persönlich einen sehr, sehr coolen Mehrwert finde. Außerdem wird es natürlich ein echtes Web3-Wallet sein, wo ihr dann die Token im Prinzip habt. Das Ganze ist mit einem Private Key geschützt, der durch eure biometrischen Daten geschützt ist. Und in diesem Fall dann halt auf eurem PC versteckt ist, wenn ihr den downloadet. Und im besten Fall ladet ihr euch dann auch noch das Backup auf einen externen USB-Stick, damit das auf jeden Fall offline ist und dann wie eine Art Code-Wallet dient. Außerdem kann man das Wallet über die E-Mail recovern und er wird auch nochmal in den nächsten Wochen ein Twitter-Space machen, wo er unter anderem auch nochmal detailliert über diese ganze Funktion mit dem Wallet sprechen wird. Kommen wir zu Omi2NFT und das wird wahrscheinlich auch ziemlich viele Leute interessieren. Wie läuft denn das eigentlich ab, wenn jetzt jemand ein NFT kauft mit Omi? Ganz einfach. Stacker ist an dieser Stelle wirklich nur die Zahlungsabwicklung. Also alles, was mit dem Collectible Transferieren passiert, das passiert alles auf Vivis Seite. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, Stacker hat keinen Zugriff auf die Collectibles, sondern braucht einen aktiven Session-Token. Dieser Session-Token wird generiert, wenn ihr euch mit euren Vivi-Daten anmeldet bei Stacker. Und damit wird dann sozusagen die Zustimmung gegeben für Vivi. Alles klar, das ist der User XY. Du kannst hier sozusagen jetzt diese Collectibles transferieren, wenn etwas gekauft wird beispielsweise. Und so schafft man meiner Meinung nach auf jeden Fall ein relativ sicheres System. Denn Stacker hat hier keine Macht. Das heißt, Stacker ist wie gesagt nur die Zahlungsabwicklung im Endeffekt und kann überhaupt gar nicht transferieren. Rein technisch gesehen auch gar nicht. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr gutes Sicherheitssystem. Also vielleicht auch nochmal für euch einfach so, dass das Gesamte nochmal ein bisschen mehr Vertrauen schafft. Ich werde natürlich auch auf jeden Fall ein Recap-Video dazu machen, sobald Omi2NFT draußen ist und das für euch testen und auswerten. Kommen wir ansonsten noch zu den anstehenden Prioritäten, die jetzt in den nächsten kommenden Monaten und auch Wochen anstehen. Und das sind zum Beispiel ziemlich, ziemlich coole Sachen. Zum Beispiel ganze Sets verkaufen zu können, Angebote schicken können an User. Das heißt, ich kann jetzt Dr. Profit ein Angebot schicken für ein gewisses Collectible und er kann dann zustimmen oder das ablehnen. Oder sagen, hey, ich möchte doch ein bisschen höher gehen vom Preis. Beziehungsweise ein bisschen mehr haben dafür. Außerdem wird das gleiche auch noch für Sets möglich sein. Und es wird auch sehr wahrscheinlich in Zukunft eine Tipping-Funktion geben, mit dem man sozusagen dann, ja Omi, ihr könnt zum Beispiel dann mir Omi tippen. Und ich kann einstellen, dass zum Beispiel ein gewisser Betrag von dem Tipping im Prinzip geburned wird. Also auch hier wieder ein möglicher Burn-Mechanismus, finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und werde das, wenn das Feature rauskommt, natürlich auch anbieten. Einfach hier natürlich, um auch den Omi-Burn dementsprechend nach vorne zu bringen. Und was das Prozentuale angeht, da können wir auf jeden Fall gerne mal in einem Stream drüber quatschen als Community. Wenn Stacker 2.0 übrigens rauskommt, was schon mal sehr, sehr cool ist, dass Stacker 2.0 rauskommt, dann wird es dort unter anderem Social-Funktionen geben und möglicherweise auch eine Stacker-App. Das Ganze schätze ich persönlich aber eher so gegen Ende des Jahres, weil eine App zu entwickeln und das Ganze mit Stacker dann einzubinden, wahrscheinlich dann doch ein paar Monate braucht. Daher wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wenn überhaupt, Anfang nächsten Jahres. Und genau, dort werden, wie gesagt, auch Social-Funktionen mit dabei sein. Dazu gleich nochmal mehr. Außerdem wird es eine Stacker-Pro-Seite geben, wo man dann mit einem gewissen Betrag an Omis Zugang bekommt und dann zum Beispiel Funktionen nutzen kann, wie sich Alerts für bestimmte Minze einzustellen und wahrscheinlich noch viele, viele weitere Funktionen. Das Ganze scheint aber gerade noch in der Entwicklung zu sein und dementsprechend kann man hier noch abwarten und gespannt sein, was da noch alles für Features kommen werden. Ansonsten gibt es noch natürlich einige Ideen, die wir auch besprochen haben, wie zum Beispiel bei den Social-Funktionen, dass man sozusagen miteinander agieren kann, unter den Usern handeln kann und sich natürlich auch connecten kann über ein Chat beispielsweise. Das Ganze wurde jetzt zwar so nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es dann auch eine Art Chat geben wird, wo man sich dann connecten kann und dann gegebenenfalls sogar auch, dadurch, dass man sein Twitter-Profil angibt oder sowas oder sein Telegram-Profil, dass man direkt weiß, okay, die und die Person ist das von Telegram oder Twitter oder whatever. Außerdem soll es natürlich auch mit Social-Funktionen in Richtung Social-Media-Content gehen bei Stacker, das Ganze nämlich einzubinden, zum Beispiel Videos von einem Collectible, wo man dann sozusagen sieht, was man damit eigentlich machen kann und da haben wir zum Beispiel auch so ein bisschen rumgesponnen, um zu sagen, hey, zum Beispiel das bestgelikedeste Video oder das beliebteste Video oder das Foto wird dann halt neben diesem Collectible angezeigt. Also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten dahingehend. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da haben wir sehr, sehr viel drüber philosophiert. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen in die Parts. Ansonsten, die letzte Idee, die wir noch so ein bisschen besprochen hatten, war das Tauschen von Collectibles, also das, was wir auch schon früher hatten, das Transferieren im Prinzip. Das Ganze wird wahrscheinlich aber nicht so zurückkommen, wie es einmal war. Wir haben darüber gesprochen, rein technisch gesehen wäre das bei Stacker umsetzbar. Natürlich haben wir aber auch die politische Komponente mit drin, denn die Lezensoren wollen natürlich auch Fies sehen und da muss man dann vielleicht sagen, okay, ihr bekommt dann irgendwie die Hälfte der Fies dafür, aber das ganze Thema ist auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen angestoßen worden. Ich denke mal, dass Dr. Profit da auch vielleicht nochmal mit Vivi sprechen wird und da gegebenenfalls auch nochmal die dann mit den Lezensoren und dort gegebenenfalls dann eine Lösung kommt, dass man dann in Zukunft vielleicht tauschen kann, einen gewissen Prozentsatz vielleicht abgeben muss an die Lezensoren, aber meiner Meinung nach ist es mir das absolut worth, wenn ich dann endlich wieder tauschen kann, seien es für 2, 3 Dollar oder sowas, dann halt an meinen Kollegen oder an meine Familienmitglieder. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich nice. Und das war es auf jeden Fall mit dem Stacker Talk, den wir hatten. Wie gesagt, ich empfehle es euch sehr, euch den gesamten Stream einmal anzusehen. War ein wirklich spannender Stream. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Thema an und zwar nämlich die USPS bringt Collectibles raus. Am 21. August um 17. in deutscher Zeit werden wir hier nämlich neue Briefmarken sehen. Und zwar nämlich von der Merkur, Venus und der Erde. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich werde mir wahrscheinlich hier diese Briefmarken tatsächlich sogar holen. Ich finde die vom Design jedenfalls sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal ganz kurz an, was die für eine Editionzahl haben. Wir haben hier einen Listenpreis von 6 Dollar und eine Editionzahl von 2000 Stück. Hier die First Public Mint wird die 21 sein. Anschließend haben wir dann hier unten noch die Venus. Diese wird auch 2000 Editions haben, einen Listenpreis von 6 Dollar. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch hier die Erde einmal an. Die wird eine Editionzahl von 1500 haben und natürlich auch einen Listenpreis von 6 Dollar. Und wie ihr seht, haben wir hier unten noch was und zwar nämlich den Mars. Und dieser wird nämlich hier dann auch mit 1500 Editions kommen. Dann haben wir als nächstes den Jupiter mit 900 Editions als Rare. Anschließend haben wir dann hier die weitere Rare und zwar nämlich den Saturn auch mit 900 Editions. Und dann haben wir hier noch den Uranus mit einer Editionzahl von 500 Stück als Ultra Rare. Und als letztes dann natürlich hier noch als Secret Rare den Neptune mit 250 Editions. Ansonsten haben wir hier unten dann nochmal eine Möglichkeit, das Gesamte zu craften. Finde ich persönlich sehr, sehr cool gemacht. Und das Nice ist hier, 650 Editions wird das Gesamte haben. Und man braucht drei Digital Collectibles von dieser USPS Series. Das heißt, man muss in etwa 18 Dollar ausgeben, um hier dann das craften zu können. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Auch wenn das Bild hier ein bisschen, ja, unkreativ gestaltet ist meiner Meinung nach. Aber dennoch finde ich auf jeden Fall hier unser Sonnensystem als Briefmarken zu droppen sehr, sehr, sehr cool. Und wenn man es so nehmen möchte, ist das hier auch, ja, mehr oder weniger First Appearance NASA, weil die Bilder von der NASA sind. Aber gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Dennoch finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Drop. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr den Drop mitnehmen werdet oder nicht. Und kommen wir noch zum nächsten Deadpool Comic. Und zwar heißt er nicht Prelude to Deadpool Cops. Hersteller 3 aus dem Jahre 2010. Das Gesamte wird hier am 20. August, das heißt am Dienstag um 17.00 Uhr deutsche Zeit droppen. Und wir werden hier natürlich wie immer 5 Cover bekommen. Und natürlich hier auch dann mit einem Listenpreis von 7 Dollar. Wir haben hier eine Edition von 3.000 Stück und wir haben hier die First Appearance of Dog Pool. Außerdem würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal die Go-Collector dafür an. Hier haben wir bei der 9.8 gerade mal 17 Grades und gerade mal einen Preis von 190 Dollar. Also, ja, wir reden jetzt hier nicht wirklich von einem super krassen Comic meiner Meinung nach. Deswegen für mich persönlich auch definitiv ein Skip. Und ansonsten, es war es jetzt an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir hat das gesamte Video gefallen. Und nun wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.